Hallo und herzlich willkommen im fünften Teil unseres Kurses und wir haben jetzt die fertige Karte und wollen die jetzt nur noch exportieren. Und ihr merkt schon, nach fünf Teilen dieses Tutorials könnt ihr schon Vorlagen abändern, schöne Geburtstagskarten erstellen. Es geht also ruckzuck. Die Lernkurve geht also relativ zügig nach oben. Trotzdem haben wir noch lange nicht alles von diesem Programm kennengelernt und da gibt es noch eine Menge. Aber wir können immerhin schon eine Geburtstagskarte machen. Das ist toll. Nach fünf Teilen seid ihr dazu in der Lage, es auf dem iPad zu machen. Und jetzt heißt es, das Ganze zu exportieren. Und das gucken wir uns mal an. Hier oben gibt es nämlich auch drei Pünktchen und die betreffen das gesamte Dokument. Und da sehen wir, dass wir hier einen Menüpunkt haben, exportieren und drucken. Und ihr könnt also die Karte auch direkt drucken. Das könnten wir hier über den Druckdialog direkt machen. Und dann können wir sagen, den Drucker wollen wir hier haben. Und dann kann man hier so einen Laserdrucker anwählen, der jetzt nicht in Farbe ist. Wenn ich da den Farbdrucker hätte, dann würde ich auch das machen können. Dann kann ich die Anzahl der Kopien einstellen. Kann jetzt quasi die Seite drucken. Und ihr seht, das ist die zweite Seite, die ich hier habe. Und wir gucken nochmal. Das ist nämlich das angewählte Objekt hier oben. Ich kann das also seitenweise nur drucken. Und wenn ich die Vorderseite haben will, dann muss ich eben diese Vorderseite nochmal einzeln drucken. Ihr seht, dann kommt die in der Auswahl. Also je nachdem, was ihr hier oben angewählt habt. Und ihr seht, wie schön sich diese Ebenen zusammenklappen lassen. Ja, Vorderseite, Rückseite. Und das ist hier in Englisch. Ihr könnt diese Ebene auch umbenennen in Vorderseite. Oder, und wir klicken auf die drei Pünktchen, umbenennen, Rückseite. Und es empfiehlt sich immer, die Ebenen gut zu bezeichnen, damit man auch weiß, was da drauf war und was da drin ist. Und hier sehen wir Vorder- und Rückseite. Und je nachdem, was wir anwählen, können wir es entsprechend drucken. Oder wir können das Ganze exportieren. Wenn wir hier draufklicken und ich habe die Vorderseite angewählt, dann können wir sagen, exportiere mir das Ganze als JPEG-Datei. Oder wir sagen, direkt als Bild teilen oder als PDF teilen. Und dann können wir das Ganze auch direkt verschicken. Das machen wir mal. Wir sagen hier, wir wollen das Ganze in die Nachrichten schieben und teilen. Und schicken mir selber das mal. Ihr seht, hier sind schon jede Menge Demo-Sachen verschickt worden. Und dann schicke ich das ab. Und dann gucken wir mal im Nachrichtenprogramm, was da jetzt angekommen ist. Die spannende Sache ist, kam da jetzt nur die Vorderseite oder kam da auch die Rückseite. Und ich habe das jetzt hier schon mal im Nachrichtenprogramm geöffnet. Denn anders als beim Drucken, kommen beim Exportieren beide Grafiken. Ihr seht, das hier ist die gesamte Karte. Vorder- und Rückseite ist beim Exportieren mit rübergekommen. Das muss man also wissen, dass es da einen Unterschied gibt. Dass es zwischen dem Drucken und dem Exportieren der Grafiken als PDF eben einen Unterschied gibt. Beim Drucken die ausgewählten Seiten. Und beim Exportieren wird alles, was da ist, in eine PDF geschoben und über mehrere Seiten verteilt. Super, das war's. Damit konnten wir eine Geburtstagskarte ruckzuck erstellen. Wir können das Ganze jetzt hier schließen. Und dann stehen wir hier wieder in dieser Auswahl und können uns entscheiden, was wir als nächstes machen wollen. Und falls wir eine neue Geburtstagskarte jemandem schicken wollen und die nochmal schnell verändern wollen, dann finden wir unter Benutzte Dokumente hier unsere Karte, nämlich Geburtstagskarte 3. Da ist sie. Und können die jederzeit öffnen und verändern und dann wieder entsprechend abspeichern. Wenn wir hier auf Dokument schließen klicken, kommen wir hier wieder auf diese Seite zurück. Und jetzt zeige ich euch noch etwas Tolles. Denn wenn ihr nur die Farben verändern wollt in eurem Dokument, dann bietet Logoist nämlich eine tolle Funktion. Schaut mal, ich öffne diese Geburtstagskarte hier. Und wir klicken hier mal auf die drei Punkte und sagen, gib mir mal Farbvorschläge. Und dann erstellt uns Logoist passende Farbvorschläge für unsere Karte. Wir müssen also nicht groß alles verändern, sondern wir kriegen in einem ziemlich farbharmonischen Ablauf hier Farben präsentiert und können zum Beispiel hier draufklicken. Und schon ist das Dokument hier in diesen Farbverläufen erstellt. Dann klicken wir hier auf Sichern und sagen, das möchten wir auf die aktuelle Arbeitsfläche anwenden oder als neue Arbeitsfläche hinzufügen. Wir wollen es auf die aktuelle anwenden. Und da haben wir das hier schon mal. Und dann klicken wir hier noch drauf und sagen, auch hier hätten wir gern die Farbvorschläge. Und da passt auch dieses hier ganz gut zu. Und dann sagen wir auch hier auf die aktuelle anwenden. Und dann haben wir die Karte hier verändert in dieser Reihenfolge. Oder wir gehen hin und sagen Farbvorschläge. Wir wollen es in diesem Lila haben und wählen das so an. Also ihr merkt, es geht ruck zuck. Oder ihr wisst es ja schon, wir können hier draufklicken. Und dann sagen wir hier Stil kopieren. Hier draufklicken und sagen, bei der Rückseite müssen wir natürlich aufklappen, damit wir hier drankommen. Stil einfügen. Schon haben wir die Farbwerte übernommen. Und es sieht wieder alles gleich aus. Also wenn man einmal diese paar Sachen beherrscht, kann man jetzt schon mit Logoist tolle Sachen machen, wie ich finde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Aber es gibt so viele Logoist noch zu entdecken. Wir haben gerade den Anfang erst begonnen, dass es sich lohnt, die weiteren Teile sich auch noch anzuschauen. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Also bis bald.